Joey Heindle zeigt seine neue Liebe Der Dschungelkönig von 2013 ist frisch verliebt und seine bessere Hälfte ist keine unbekannte. Ramona Elsner heißt die Glückliche und ist eine Schweizer Eiskunstläuferin. Auf Instagram ließ der Sänger nun auch seine Fans an seiner neuen Liebe teilhaben. So postete er diesen süßen Schnappschuss und schrieb unter anderem dazu, Danke, dass ihr immer hinter mir steht. Ihr seid die besten Fans auf dieser Welt. Auch in seiner Insta-Story zeigt der 25-Jährige, wie glücklich er mit der Sportlerin ist. Was für ein süßes Paar! Die Fans des sympathischen Deutschland-Such-den-Superstar-Teilnehmers freuen sich für Joey und Ramona. So schrieb einer, Das ist schön, dass du wieder glücklich bist. Nur das Beste hast du verdient. Jemand anderes meinte, Ihr seid ja ein süßes Paar. Dem können wir uns nur anschließen. Erst im Mai 2017 heiratete Heindle seine langjährige Freundin Justine. Nur 15 Monate später wurde die Trennung des vermeintlichen Traumpaares bekannt. Schön zu sehen, dass Joey Heindle mit seiner 27-jährigen Ramona nun so glücklich ist. Das war's war's für heute mit dem